So, dann mal ein kleines Update-Video zu den massiven Hardware-Problemen, die ich gerade habe. Ich habe letzte Woche angefangen, Mr. Shifty aufzunehmen. Da musste ich schon die ersten drei Folgen den Stream, die Stream auf eine Zeichnung von Twitch nehmen. Die ist flüssig gelaufen. Bei mir auf der Festplatte hat er nichts mehr flüssig aufgenommen. Da hat alles wunderbar geruckelt. Jetzt habe ich gerade eben Ori fertig gespielt. Aufgenommen, nebenbei gestreamt. Und jetzt ist mir aufgefallen, dass Ori ruckelt, die Aufnahme. Hat es vorher nicht gemacht. Vorher hat es wunderbar funktioniert. Ich weiß nicht, was jetzt in letzter Zeit los ist. Auf jeden Fall ruckelt gerade alles. Jetzt lade ich gerade Windows 10 neu runter. Beziehungsweise werde es dann auch noch gleich installieren. Das macht man auch sonst Schöneres zum Sonntagabend. Und keine Ahnung, was da los ist. Ich habe auch eine neue SSD bestellt, eine 500 GB. Dass ich da eventuell ein bisschen Vorteile rausziehen kann. Habe die Vermutung, dass OBS ein ganz klein wenig das Problem hat, dass es auf einer normalen HDD ist. Das Programm dort startet, aber die Aufnahme läuft auf einer SSD. Der Rechner sagt, alles klar, es ist ein bisschen scheiße, dass du auf der HDD läufst. Ich will es aber auf der SSD aufzeichnen. Und es ist auch noch die Systemplatte gewesen, weil ich bis jetzt nur eine 60 GB SSD drin habe. Was sich ja jetzt erändern wird, glücklicherweise. Und dass man dann die ganze Sache ein bisschen sinnvoller angehen kann. Jetzt ist meine Vermutung eventuell, dass einfach nur VLC so unglaublich ruckelt, weil die Festplatten in irgendeiner Weise gerade total ausgelastet sind. Die haben auch Zugriffszeiten. Das ist von jenseits von gut und böse mittlerweile. Ich werde einfach mal das System neu aufsetzen. Es ist jetzt, wie gesagt, auch nur eine kleine Zwischenmeldung. Dass heute wahrscheinlich kein Video kommt. Morgen eventuell auch nicht. Ich versuche nachher noch zu gucken, ob die Aufnahme wenigstens aus Twitch flüssig läuft. Es bleibt mir nichts anderes übrig, weil das Save-Game ist natürlich jetzt auch noch vor dem großen Finale von Ori. Das heißt, ich müsste quasi das Spiel erst fast komplett wieder durchspielen, um überhaupt an die Stelle zu kommen, um weiter zu spielen. Deswegen, im schlimmsten Fall werde ich jetzt Ori einfach ruckelnd hochladen und das müsste dann komplett entschuldigen. Das tut mir echt scheiße leid. Naja, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Es passiert halt. Ich habe jetzt noch nicht die neueste Hardware. Ich bin am überlegen, ob ich mir einen neuen Rechner kaufe jetzt. Für das, was ich bis jetzt gespielt habe, hat der Rechner eigentlich gereicht. Wo jetzt genau das Problem liegt, das werde ich jetzt die Tage erst eruieren können. Ich weiß nicht, wie ich dazu komme. Vielleicht nächstes Wochenende, aber da weiß ich auch noch nicht, ob ich da bin, weil es kann sein, dass ich neue Reifen aufziehen kann. Da muss ich aber erst mal mit dem Reifenhändler reden und in meiner Heimatstadt weiter ja auch meine Sommerreifen liegen. Auch wenn es heute geschneit hat, es wird Zeit für die Sommerreifen. Ich denke mal, das wird das letzte auch Begehren des Winters gewesen sein. Ansonsten habe ich die Woche noch für mein Wohnmobil einen Tisch zu holen, weil der alte ist weggegammelt. Und es war schon sehr interessant, als man sich dort draufgelegt hat, als wir in Dresden waren, dass auf einmal der Tisch unter einem weggebrochen ist. Okay, ich bin nicht mehr eine zarte Person, aber das war schon sehr unlustig irgendwo. Also, naja, da muss ich auch erst mit dem Verkäufer ein Deal ausmachen, wann der Zeit für mich hat. Ja, wie gesagt, das war ein kurzes Informationsvideo. Ich hoffe, es geht die Tage weiter. Tut mir wirklich leid. Ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem halbwegs treu und empfehlt mich vielleicht sogar weiter. Das wäre total großartig. Ja, ähm, vielen Dank. Bis die Tage. Tülülü, euer Stiefel.